Viele Unternehmen haben zurzeit die große Herausforderung, Personal zu finden. Wie also vorgehen, um einen War for Talent zu gewinnen? Mit Inga haben Sie die Möglichkeit, den War for Talent zu gewinnen. Mit Inga können sich wechselwillige Kandidaten im Chat auf Facebook innerhalb von drei Minuten auf Ihre Stellen bewerben. Somit bekommen Sie einfach und schnell mehr Kandidaten. Somit erhalten Sie den Zugang zu Kandidaten, die Sie über klassische Stellenanzeigen sonst nicht erreichen könnten. Wir wollen den HR Innovation World 2017 gewinnen, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu beenden. Um deutschen Unternehmen zu helfen, schnell und einfach an qualifiziertes Personal zu kommen. Mein Name ist Kim und ich bin im Team Inga für das Thema Vertrieb zuständig. Und mein Name ist Francisco und ich bin im Team Inga verantwortlich für das Thema Odds und Facebook. Und ich bin Thomas und verantworte im Team Inga das Marketing. Und das ist Corinna, unsere Recruiting-Spezialistin.